Herzlich Willkommen meine lieben Freunde zu einem Klassiker, einem zeitlosen Klassiker, Super Mario World aus dem Jahre 9091 da unten steht. Ich hab schon mal ein bisschen gezockt und wir zocken jetzt hier. Weiter. Naja, wer kennt's nicht? Ähm, direkt von Anfang an mal gesagt, ich zock das jetzt nicht komplett durch hier auf dem Kanal. Ah, das mach ich nicht hier. Ah, das ist aber jetzt peinlich. Warum hab ich mir jetzt extra Leben nicht geholt? Oh Mann. Also, normalerweise macht man das nicht so. Man nimmt den Panzer und lässt es da durchrattern. Kriegt am Anfang direkt ein Leben. Yoshi! Yoshi! Äh, was ist denn los? Das ist der Vorführeffekt, Leute. Ohne Scheiße. Wenn ich die Leinern schocken, passiert mir sowas niemals. Dabei fehlen mir solche Fails niemals. Und auch noch extra Leben. Und hier geht's auch nach oben. Aber da geht's nicht. Vielleicht gibt's nur so ein Yoshi-Taler oder so ein Ding da. Aber den brauch ich jetzt nicht, weil ich will euch nur ein bisschen vom Game zeigen. Und ich hier nicht... ...ich sehe keinen Wert auf dem Score oder so. Ähm, boing. Hier, bei dem Level müsst ihr einfach mal ein bisschen was wagen, weil eigentlich ist es gar nicht so schwer. Viele brauchen in diesem Level immer total lange. Wow! Das kommt davon, wenn ich rede. Ihr lenkt mich einfach ab, Leute. Ihr lenkt mich ab. Viele Leute sind in dem Level hier immer ganz zimperlich. Dabei könnt ihr eigentlich einfach durchrushen, wenn ihr so blöd seid wie ich gerade. Wenn ihr einfach die ganze Zeit in Bewegung bleibt, dann schafft ihr das Level ganz schnell. Ey. Und einfach ein bisschen laufen, laufen und möglichst weit immer springen. Seht ihr ja, dann braucht man sich ganz viel Scheiße in diesem Level sparen. Jetzt bin ich schon beim Safe-Point hier. Boing, boing, boing. Boing, boing, boing. Boing. Einfach Tempo und dann habt ihr das gleich. Boing, boing. Boing, boing. Boing, boing, boing. Es ist ja und das war es schon. Und nicht so zimperlich sein bei dem Level. Ganz so gut. Was heißt gut? So gut bin ich jetzt auch nicht in dem Game. Aber es reicht. Um nicht ganz peinlich zu sein. Nicht wahr? Hoffe ich mal. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, ob ich jetzt ein klarer Fail bin in dem Spiel oder nicht. Aber ich denke, es ist ganz passabel. Also es gibt Schlimmeres. Wenn ich also meine Schwester zocken sehe. Okay, das war gemein. Sorry, Hanna. So ist meine Schwester. Hey, mein Yoshi. Der Yoshi ist noch da vorne und dann ist er weg. Das ist ja auch mal unlogisch, Leute. Was macht das Ding da? Hört offenbar. Hört offenbar. Ich bin jetzt auch bei Mario keine Safe Stats, weil es irgendwie voll nubisch ist. Nein! Entschuldigung! Bok! Ähm, okay. Ich muss nicht so viel Aufstand machen bei solchen Fällen. Fail, fail, wo soll ich hier so ordentlich so oft fail? Drei, zwei, eins! Das Flüssig ist auch so ein bisschen Same gemacht von den SNS-Entwicklern. Äh, von den Super Mario-Entwicklern. Nintendo, ja. Nicht nur auf den Treffen. Oh, ja, cool. Oh, jetzt ist nicht mehr so cool. Okay, den hab ich auch schon schneller geschaffen. Aber hauptsache, ich hab ihn geschafft. Und bevor du mir jetzt Hater-Kommentare gibst, mach's erstmal besser. Ja, thank you, toll. Mario hat sein Ei wieder gebunden. Ja, komm. Es sitzt doch keinem. Ich meine, wen interessiert schon die Story von Super Mario? Jetzt mal im Ernst. Und die UN-Safe. Natürlich. Und weiter geht's. Komm schon, komm schon. Und weiter geht's. Den Yoshi brauch ich ja auch nicht. Aber ich, den Fehler brauchte ich. Mann, ich bin so scheiße. Okay, ich war jetzt ein bisschen langweilig, was ich mache. Aber so kommt man das Level am schnellsten drum. Nein, ich wollte Yoshi-Taler. Wow, wow. Das sind auch die einfachsten Level bei Mario und weil ihr Zukunftsfehler ist hier rum. Alles eure Schuld. Ich kann da absolut rein gar nichts für. Nein, 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 nein. Was war das denn jetzt schon wieder? Ich habe nur so viel Pech. Was ist das denn jetzt? Nein. Hey. Habt ihr diesen Error gerade auch gesehen? Mein PC hat irgendeinen Error ausgeworfen, ausgespuckt und deswegen bin ich gestorben. Dann will man einmal aufnehmen, ne? Und dann passt sie die ganze Zeit um Schatz zu. Aber ich schneide nichts. Das ist halt das Leben. Da hat man halt auch zum Zocken dazu. Also warum sollte ich das nicht mit reinnehmen? Ach, Arschfee. Entschuldigung. Das war gar nichts. Ich kann hier nirgendwo rein. Das ist tatsächlich. Boing. 투. Ich habe auch wieder ein Prinzessin geschloss. er es tut machen er Heutzutage Nein, wie ist das? Grüne Vieh Ich sterbe bestimmt noch, wenn ich da noch stehen würde Da verzichte ich lieber auf die Feder und behalte mein Leben Weil das Leben kann ich noch gebrauchen und die Feder am nächsten Level sowieso nicht mehr, wie ihr jetzt sehen werdet Sie? Mitdenken, People Ich zerschmettere meinen Kopf Ich würde ja sagen, ich habe richtig Kopfschmerzen Aufpassen bei den Viechern, Leute Weil die erwachen wieder zum Leben und dann stirbt man Nein So, das war wohl knapp Bam Boom 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 Warum habe ich das getan? Scheiße, das war das andere Loch da Fuck In dem Level kann man sich echt viel sparen Man kann nämlich da oben über die Höhle rüber Auf die Höhle rüber Nein Aber ist das hier? Ja Cool Seht ihr, man kann nämlich hier oben hin Dann kann man sich ein paar Sachen hier sparen Mache ich jetzt was kaputt, wenn ich da jetzt gegen springe? Ich glaube schon Boah, mein Controller ist so scheiße Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt Was muss ich denn hier machen? Toll Toll Hat da hinten noch irgendwas? Was ist das? Was ist das? Also irgendwie Sorry, Leute Keine Ahnung Ich habe mich irgendwie ganz anders in Erinnerung Kann man sich das mit einem anderen Level durcheinander schmeißen? Hm Egal Hm, das Level ist zu Ende Ah, Halt doch wieder im Kopf Dass man da extrem mit abkürzen kann So, das Level noch, Leute Dann mache ich noch mal einen Cut Weil ich gar nicht, wie lange ich da schon zocke Oh, dem Level habe ich mir früher die Zähne ausgebissen Weil es gab ja noch kein Internet und keine Lösungsbücher Und wie soll man mit schon darauf kommen Dass man da so eine behinderte Kacke machen muss Oh, dem Level habe ich mir früher die Zähne ausgebissen Zum Behinderten-Move mit Ach, ich weiß jetzt gerade selbst nicht mehr, wie es geht Wo ist diese Türe? War das doch? Ach, wie ging das nochmal? Ach, ja, genau Darauf muss er erstmal kommen Mit so fünf Jahren oder so Sechs Jahren Ich bin verzweifelt Verzweifelt Blün Blün Und wir sehen uns gleich im nächsten Teil wieder Bis gleich